Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World Und ich wollte nur Bescheid sagen, weil ich ja jedes 2 Videos pro Woche nur noch aufnehme, falls ihr das gehört habt Ist, weil es zu stressig ist und deswegen kann ich vielleicht sogar am Freitag mal auch Monster Hunter streamen Weil normalerweise war da halt das Wochenende fast nur schneiden Bis 5 Uhr morgens danach, den ganzen Tag gefühlt verschlafen Das ging nicht und das war ziemlich, mh, nicht ganz gut Da ist ein Problem, okay Daher stimmt jetzt nicht diesen, oh no Jedenfalls kann ich jetzt auch streamen wahrscheinlich und werde wahrscheinlich Monster Hunter streamen Und vielleicht irgendwelche Rüstung farmen, keine Ahnung Wird schon irgendwas einfallen Guck mal wie stark die Rüstung von dem Palu Pro, äh, wie heißt der nochmal Paulu, Paulu, vor allem nicht Jedenfalls werde ich dann den vielleicht wieder farmen Ich weiß nicht ganz genau, ich habe den schon, ich weiß nicht wie gut die Rüstung ist Wie gesagt, ich habe eigentlich immer nur die eine Rüstung gemacht und danach hoffentlich immer halt bis zum Ende benutzt Bis zu einer anderen Rüstung Die, wirklich originell im zweiten Die einzige Rüstung ist die, die mir gekauft hat Oh, alter Vorsprung, geil Oh, geil Oh, geil Erstmal suchen Natürlich immer schleudermunition Wenn ihr Monster Hunter spielt, nehmt immer schleudermunition mit Wichtig Das ist Standard Munition die man braucht Und jetzt, ey weißt du, wisst ihr, letzte Folge Bin ich dem Paulu wirklich jedes Mal begegnet Der ist mir immer über den Weg gelaufen Und jetzt, wo man ihn mal braucht, ist er weg Überhaupt nicht aufzufinden Und worauf ich mich richtig freue Oh, voll der Spur Geil Oh, wo? Hier? Hier oben? Hallo? Ey, wo bist du? Jedenfalls Es wird jedenfalls Einer bald kommen Der Zweitweit kriegt Bomber Ich freu mich auf ihn Weil er totaler Upfuck ist Und wenn ihr wollt Tu ich's mir an Und wenn er diese Ich mein, der dürfte bald jetzt kommen Der kommt beim Korallenriff Und vielleicht beim Streamen kämpfen wir gegen ihn mit Anfang der Russen Aber Ich probier's Ich werd's bereuen Ich werd's bereuen Ich weiß, dass ich bereuen werde Und wenn's zu sehr abfuck ist, dann Könnt ihr's auch vergessen Ich werd nur stundenlang streamen Und wenn wir's dann nicht mal schaffen, ihn einmal zu besiegen Dann könnt ihr's vergessen Boah, ich hab vergessen, den ganzen Sinn der Tal zu laden Nevermind Sterbens Shit happens Der ist aber noch halbwegs in Ordnung Oh Eine fette Ratte Kommt jetzt an Komplett fett hässlich Und ekel Fette Ratte Oder fette Ledermaus Ich glaub, wenn man jetzt sehen wollt Das ist fette Ledermaus Sie hat einen Stirnacken Ah Ah, der ist nicht gut Kürst du raus Zack Was ist das? Perfekt Fette vielleicht Was ist das? Ah Ich weiß es Bitte, bitte Nein, er schläft auf Du willst mich doch verarschen Mach mich doch auf Alter Alter Tritt mich, schlag mich, irgendwas Hallo, Katze Katze Bitte gib mir hier Danke Komm her Komm her Tsk 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 Und jetzt Suck Und zack Dann Au Ich bin voll Keiner da rein So Volle Körper da rein Körper in den Wind Ja Mistviech Fass dich auch Hallo Kör Na klar Wo bist du jetzt denn? Wo bist du da hinten? Gut zu wissen Mistviech Ich mag das Viech nicht Aber ich hasse jedes Viech Von der Santa Außer das erste Das ist noch angenehm Zu bekämpfen Aber wie gesagt Desto höher Willkommen Desto schwerer wird es Könnt euch also Sehr Sehr Anstrengend folgen Wo ich mehrmals verrecken werde Und bestimmt Irgendwann Eine richtig Gezarte Life Einfügen Wo ich 30.000 Mal sterbe Ja Vielleicht mach ich auch Eine Zusammenfassung Von Stream Nehm den ständig auf Und mach dann am Ende Eine leichte Stream Zusammenfassung Von Damit alle auf dem aktuellen Stand sind Da sag ich gar nicht was übel wär Ja Oh Er hilft mir vielleicht Das ist nicht okay Das muss jetzt Das ist jetzt Das ist Das ist so viel Das kann ich Ich kann die Tumor Er rufen auf meinem Bein Und es ist sehr schwer auf mich Und es ist nicht okay Kannst du einen n***er helfen Und das Stopp das Please Peace Da stimme ich dir zum ersten Mal zu Hallo Komm her Mach was mit dir Komm Komm doch hinter mir Das ist gut Mach dich jetzt auch bei dir Ja Ich bin Profi Ich bin Profi Ja und was soll ich dir gegen tun Hallo 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 Na ja Liliana Oh du Mist Komm doch her Ich will nochmal gehen Gehen Ja Ja Und Danke dafür Erklage Ich will eigentlich gegen Paul Lüle können Und nicht gegen Dich Aber wenn ihr wollt Dann schicke ich dich erstmal gegen eine Wand Und ich bin weg Ich hab kein Bock mehr Ich hab keine Ausdauer mehr Das ist mir gar nicht gut Also Danke Ich geh mal Und ich kann nicht mehr Auffallen Alter Alter was bin ich Schwächling Ah Stimmt Ich sollte Vielleicht echt gegen Eiswasser mal so gut Aber Was Ich verstehe es nicht Leute Äh Bin tot Lenk mich dran am Arsch Ich sollte vielleicht etwas Bratnis essen Immer gut Mh 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 Lecker Aber das hilft mir nicht Hat doch ein gutes Ende genommen oder? Wie findet ihr es? Schön? Toll? Ja? Ich find es nicht so eingenehm Ist vielleicht belastend Sehr leicht belastend Oh ich muss da lang Da lang Mh War richtig schön Sehr schön Freu mich Freu mich richtig Auf den wir gegen den kämpfen müssen Das ist immer sehr toll Hab die ja grad gesehen Nur gegen den muss ich das Wirklich bis zum Ende durchziehen Da kann ich nicht sagen Ich hau ab Na heim Kuckuck Ey Du bist so viel Das Was? Er ist nicht gegen die Wand geflohen Oh ich hasse dich Da Frist stattdessen das Ach stimmt ich sollte Ich wollte mein Schwert schürfen Da war ja was Eins, zwei, drei, vier, fünf Perfekt Und los gehts So ein Profi im Spiel Ganz, ganz, ganz Toller Profi Seht ihr wie ich treffe? Bin ich nicht Ich bin der beste Spieler Definitiv Wie ich die Entfernung abschätzen kann Bam, bam 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 Jetzt mach ich so ne unendliche Kombo Und die hier noch am Ende Wieder nicht die unendliche Kombo Aber passt Au Ey Ey, Mann Lauf doch nicht weg Ey Ey Das regt mich nicht an Mein Schwert ist schon wieder schlimm Bin ich nicht Ja Der regt mich doch nicht bestimmt nicht an Oder Ey, schon gleich nicht, oder? Geil Ich könnte euch verschärfen Ich war noch nie so Vielleicht überrascht Boah Mh Mh Saft Mh Saftiger Trank Mh Schon wieder der Trank Uff war das knapp Meines Geschmacks ist ein bisschen zu knapp Ich weiß zwar nicht wie ich da drauf stehen bleiben kann Aber passt Hauptsache es wird euch gelogen Logisch genug Lauf Tüchel Komm doch runter GBoah Bleib hier Der wir jetzt nicht jetzt Ich war so klar Das war sehr angenehm. Ey, ich hab das perfekte Lebensalter gesehen. Und ich sollte mein Schletz schaffen. Zum ersten Mal wird das praktisch. Achso, stimmt, ich hab's rausgenommen, aber meinte ich. Achso, jetzt war's sowieso auch feiglich. Hast du Angst vor einem kleinen Mensch? Wie hier ein Stückchen. Ich bin jetzt gewinnig. Das ist das einzige Beruhigende. Das ist das einzige Beruhigende wirklich hier. Ich hasse es. Ich hasse jedes Monster. Na gut. Die Eisbomben-Monster mehr als die anderen. Das war nämlich grausame Zeit. Oder sie sind ja noch nicht vorbei. Ich bin nur zu faul um den anderen. Oder wie gesagt, hatte ich bisher immer so wenig Zeit, weil ich immer so viel geschnitten habe und alles. Da konnte ich nicht mehr Zeit erst meinen anderen Monster Hunter weiter zu führen. Und natürlich war das perfekt geteilt. Bin ich nicht ein Profi. Ach komm mal her. Bist ihr auch nicht mehr mit? Praktisch. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Danke dafür. Oh das hat viel zu knapp. Ich will nicht mehr machen. Ich will nicht mehr machen. Das ist doch kein Grund wütend zu sein, oder? Leute? Stimmt jetzt ab. Ich kann sowas nicht mal einstellen. Oder doch, ich kann sowas einstellen. Stimmt jetzt ab. Wenn ich's nicht vergesse. Stimmt jetzt ab. Hat er's verdient, abgestochen zu werden. Nur weil er hässlich ist. Stimmt jetzt ab. Uff. Viel zu knapp. Viel zu knapp. Hau, hau auf. Na, na. Wenigens lade ich jetzt auf. Komm her. Komm doch her. Ich mach dich kalt. Sack, sack, sack. Sack. Oh. Ich bleib jetzt hier stehen. Oh. Der bricht irgendwann ab. Ich hab gedacht, der wird jetzt die ganze Zeit durchstehen. Nicht. Natürlich geht hin. Nein. Nein. Äh. Katze, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte. Oh, das ist so. Ich mach mal einmal die Hilfe der Katze. Schon. Ja, jetzt. Jetzt. Okay. Oh, er ist abgehauen. Ich hab keine Frage. Ah, ich bin mir. Ja, das ist hier. Perfekt. Das reicht. Zack. Und zack. Komm doch her. Trau dich doch. Trau dich doch. Mach dich fertig. Glock nicht. Vorher schärf ich aber noch kurz mein Schwert. Drei. Vier. Ja. Oh, ja. Komm her. Bist du jetzt immer noch... Oh, nee. Du bist ja immer noch. Warum bist du denn? Die ganze Zeit. Regt mich nicht auf. Christus. Du bist ja immer noch wütend. Ja. Ich leg mich schon hier auf. Findest du sicher. Jetzt. BAM. Nein, ich hab mich vertippt. Nein, Raul. Nein. Bitte nicht. Er ist doch fast tot. Ich will ihn mit meinem Schlitzer fertig machen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Steh doch. Bleib doch schliegen. Wenn ihr jetzt an dem Gift da verreckt. Dann lach ich mich so kaputt. Dann lach ich mich so kaputt. Wenn ihr jetzt an dem Gift verreckt. Wäre jetzt... Das wäre jetzt das Beste, wenn das passieren würde. Bitte verreckt an dem Gift. Nee, er überlebt. Schade. Oh mein Gott. Ach nicht. Schade. Oh mein Gott. Ach nicht. Schade. Oh Mann. Er ist wieder wütend. Ich muss mein Schwert schärfen. Wo ist er denn hin? Als ob er schon wieder abgehauen ist. Der will mich doch nicht verarschen. Der Arsch will mich... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Bitte sag ich kann da hochklettern. Ich hab jetzt keine Lust außen rum zu laufen. Bitte. Bitte. Ich will doch da nur rum. Bitte. Bitte. Ich will doch nicht verarschen. Nein. Oh, da ist er. Hä, was ist denn jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung was ist denn ernst auf mir. Komm runter. Und zwar buchstäblich. Einmal buchstäblich und einmal auch fungitär. Ey. Ey. Das ist was sie gesagt hat. Das ist was sie gesagt hat. Bitte. 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 Ah. Überlebt. Oh, wie schade. Jetzt nicht, ob ich mich da hab. Doch. Ich will doch mal auf. Ich will das du. Dein Schwert fucking einziehst. Sorry. Ich hab zu wenig. Oh, komm. Ey. Ey. Jawoll. Hast du verdient. Das ist die. BAN. Jetzt hab ich das. Hab die Regenation. Warte kurz ab. Schlag einmal zu. Mach da mal die Combo jetzt. Gut, dass du die Combo fahr haust. Dann mach ich eben ein Fahr. Ey. Ey. Ich hab schon gedacht, er haut er an. Doch, er haut er an. Sattdamm. Der will mich tun. Oh. Oh. Nee, nee. Er haut nicht ab. Oder? Haut er ab? Oder haut er nicht ab? Kommst du? Kommst du her? Ich hab ihn jedenfalls getroffen. Kommt er jetzt? Ja. Jetzt ist etwas. Kommt er raus. Oh. Falsche Schlitzelverkehr. BAM. Jawoll. Jawoll. Bam. Perfekt eingestellt. Du hast doch nicht mal was getan. Ich mach die ganze Arbeit. Du sagst du, du hast Hunger. Du fackst mich verdirbt. Na gut. Einmal hab ich dir zugestimmt. Als du was gesagt hast. Aber sonst war deine Hilfe in Magier komplett unnötig. Und dass du Hunger hast vom Rumsitzen und Nichtstun. Sehr toll. Du frisst das jetzt erstmal. Ich, ich hasse dich. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Jawoll. Jawoll. Ist ja doch gut aus. Jawoll. Jawoll. Und noch den Doppelschlag. Jawoll. Zack. Und das war's mit Ihnen. Jawoll. Jawoll. Ich nehm alles. Gib mir alles. Oh, Belohnungsgeld. 4320. Das ist schön. Das ist echt schön. Ich darf wieder lesen, Punkt, 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 Alter, die ist so high, dass sie nicht mal richtig sprechen kann. Eigentlich müsste ich so richtig high, äh, endlich, äh, wie soll ich das, ich muss das irgendwie high vorlesen, wie mach ich das, ich hab keine Ahnung, äh, ich hab echt keine Ahnung. Die Ballons sind befestigt und das Luftschiff ist bereit, dank dir und dem großartigen Luftschiff Ingenieur, ja, wir haben unsere Vorbereitung ebenfalls abgeschlossen, wir können also jederzeit aufbrechen, wenn du soweit bist. Eine Sache sollte ich aber wohl noch erwähnen, wir haben keine Tastform gemacht. Testflug, äh, Tastfunk, Alter, wie konnte ich da Tastfunk daraus lesen? Was kannst du eigentlich? Tastflug, äh, Testflug machen, äh, Testflug gemacht. Das ist doch kein Problem für dich, oder? Näääh, passt. Wenn du bereit bist, sag einfach Bescheid, dann brechen wir ins Tal, der Verwesung auf. Ja, ich bringe erstmal, ich lage erstmal alles rein. Jawoll, ja, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit und weg auch damit. Dann gehen wir mal gucken, wie die Rüstung ist, weil dann hab ich vielleicht auch nächste Folge etwas anderes zu fahren. Oh Gott, hier ist ein Schmied. Ja, ja, ich stehe es jetzt nicht weiter, dafür bin ich doch bitte zu faul. Rüstung, was hast du denn? Schönes mir anzubieten. Ja, Paul, die haben wir noch schwächer als meine andere Rüstung. Wow, aber die ist stärker, aber ich hab keine Motze genommen, plus eins. Waffen, was haben wir denn nur für Langschwerte? Das wär natürlich nice, aber, naja, klar, was das nur für Bessernschwerte. Ist ja eigentlich egal, hauptsache ich sehe hier irgendwas. Ah, langsam, gibt's auch eine Versteckung von Kielf? Hallo, da war noch irgendwo der Gift. Es gibt ein Schwert. Was ist das? Ah, das ist hier. Die kann es, wenn ich Rathian-Bögel, Rathian-Platte. Nee. Ich weiß, was wir nächste Woche am Stream machen. Wir verbessern mein Rathian-Schwert. Wir gehen weiter auf Gift, würde ich sagen, oder Leute? Oder soll ich rüber zu Feuer gehen? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr Lust habt. Nee, ich gehe definitiv auf Gift. Man sieht, Seltenheit 4, Seltenheit 5 ist definitiv stärker, das hier. Das ist stärker. Deswegen gehe ich wahrscheinlich auf das Gift. Mach da einen Rathian noch ein paar Mal. Obwohl er mich auch bringt, hat es ja angenehm zu farmen. Ich bin zuerst in den letzten Verschlechtens angeschwärt, weil Gift gegen Gift bringt nicht viel. Jedenfalls war es das mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt, habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Ich hoffe, euch hat es bis dahin gefallen. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal.